So, moin moin und willkommen zurück, selbe Stelle, neue Welle, Trivolus, let's play, eine neue Runde, Project Ozone 2 im Cover-Mode und bei mir mit dabei, der Nightstander 25. So, moin. Guten Tag. So, heute geht's natürlich weiter mit die Enrichment Chamber. Wir haben nochmal diese Advanced Circuits hergestellt, ganzen Stack gleich, weil das Zeug werden wir später noch für andere Zeugs brauchen. So, und jetzt können wir auch... Wieder, wenn's spät ist. Richtig, und jetzt können wir auch die Enrichment Chamber bauen und davon wollte ich eigentlich gleich mehrere bauen. Achso, weil das Mechanism-Maschinen sind, das denken die nicht. Ich glaube, mit vier kommen wir lang. Und einmal Quest Complete. Äh, wo waren die Quests eigentlich nochmal? Ich hab gestern alle Quests zwar abgeschlossen, aber... Äh, Pyneumatic Craft und Mechanism. Äh, Absiddle. Boah. Deswegen hab ich gleich ein paar mehr Enrichment-Maschinen, äh... Enrichment Chambers. Äh, hergestellt, weil, ähm, wir brauchen jetzt einmal... Ich zieh einmal kurz die Quest-Reihe durch. Redstone brauchen wir... Wir... Ne, weißt du was? Die... Quest-Line kannst du sonst gerne einmal durchziehen. Ich geb dir mal das Ding. Enriched... Enriched... Zeug. Ja. Alles klar. Also, zur Erklärung, wer jetzt nicht weiß, was Flo jetzt hier machen wird. Flo wird jetzt einmal das gesamte Bild hier durchziehen. Ähm, Enriched Diamond, Enriched Obsidian und Enriched Redstone. Ist ja nicht so besonders viel. Hier kriegst du noch einen zweiten. Halt, warte mal. Da nimm nochmal den mit. Und nimm nochmal den mit. Und dann stellst du die bitte auf irgendwie so an die anderen Maschinen dran, sodass wir das halt direkt machen können. Du weißt, wie ich meine? Mhm. Gut. So, das hätten wir dann. Ähm, was brauchten wir denn jetzt eigentlich? Das ist ja auch die Frage. Pressure Reaction Chamber? Nein. Basic Enriched? Nein. Peripheration? Nein. Doch, Peripheration, ne? Purifikations Chamber? Ja. Ja, genau. Die brauchten wir. Okay, denn... Äh... Nochmal. Uh. Nein. Ja. Dies hier. Das Ding. Dafür brauchen wir... Stellst du da schon wieder irgendwas am System rum? Nein. Okay. Das sah eben so komisch aus. Einmal das. Einmal das. Und dann brauchen wir noch diese Basic... Ne, Basic sind es gar nicht. Hm. Ich weiß... Ich hab wohl nur noch welche davon hergestellt. Wo sind denn die alle schon wieder? Wohl. Beine Ahnung. Das will jetzt nicht in mein... Jetzt kommen sie gerade. Wohl. Du hast die Maschinen gerade angeklemmt, oder? Kann das sein? Ja. Alles klar. Und da hat er dann mal ganz kurz gesagt, so... Ich lecke mal und, äh... Zeig dir jetzt einfach mal nicht alle Maschinen an. Peripheration Chamber haben wir. Einweiter. Das ist dann lecker. Und dafür brauchen wir jetzt die Chemical Injection Chamber. Beziehungsweise daraus bauen wir jetzt die Chemical Injection Chamber. Wo ist denn mein Not Enough Items eigentlich? Da. Ähm... Noch einmal. Uh... Und dann brauchen wir das Ding hier. Ich hab eigentlich alles dafür vorbereitet, was wir brauchen. Alloy. Oh. Die Alloy-Dinger sind auch irgendwie weg. Ach stimmt. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Dass die Alloy-Teile aus irgendeinem Grund ins Netzwerk gehen. Und dann sind sie weg. Und frag mich nicht, wo sie hingehen. Wups. Äh... Fakt ist, die sind weg. Die Diamond Alloys sind weg. Die Diamond Alloys werden mir jetzt nicht angezeigt. Und mir werden auch... Warte. Und mir werden auch nicht die Elite Control Circuits angezeigt. Doch, die werden mir angezeigt. Waren die jetzt so? Oh mein Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ach. Chemical... Chemical Injection Chamber. Ja, oben unten. Vielleicht kann Flo da unten irgendwas fixen oder so. Keine Ahnung. So, dass die... Um... rumgucken. Jetzt wird mir wieder gar kein Alloy angezeigt. Jetzt kommt wieder was an Alloy. Wenn ich Alloy eingebe, ne? Dann wird mir jetzt hier angezeigt. Vibrant. Redstone. Red Alloy Wire. Enriched Alloy. Und jetzt gar nichts mehr. Jetzt das Redstone Alloy. Was ist denn das für eine Kacke? Also... Also ich weiß, dass ich sie vorbereitet hab. Das weiß ich ganz, 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 ganz genau. Ja, dann ist es ja nix. Aber warte mal, da kommt wieder was an Alloy. Ja, wenn nicht anders geht, dann müssen wir halt einmal kurz runter. Und dann müssen wir halt nochmal auf die Schnelle was herstellen. So, wo haben wir denn das mit den Diamanten? Das Zeug. Hier mit Redstone. Haben wir jetzt noch irgendwie ein paar Diamanten, so... Diamanten Dust oder sonstiges? Hast du da noch was auf Tasche? Ja. Guck mal hier. Reinforced Alloy. Da sind sie. Die sind in diese Kiste gewandert. Das ist ja ein Ding. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass ich die damals mit angeklemmt hab. Mysteriöses Minecraft Zeug. Und hier ist ein... Enriched Alloy. Ja, die... Wolltest du die da rein haben? Die hatte ich da rein gemacht, weil ich dachte, dass ich diese anderen Alloys noch fertig machen muss. Ach. So. Und jetzt, äh... Jetzt, Freunde, muss ich einen kleinen Cut setzen, weil... Ich hab heute Nachmittag schon einmal versucht, eine Aufnahme zu machen. Alleine. Und jedes Mal, wenn ich eine andere Welt betreten hab, dann ist mir das Spiel abgestürzt. Warum auch immer. Besonders, wenn ich die Mining World betreten habe. So. Wie gesagt, hier jetzt ein kleiner Cut. Bisschen gleich. So. Da sind wir wieder. Ich bin jetzt in der Mining World angekommen. Was da jetzt halt schiefgelaufen ist oder schiefläuft, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hab ich hier in der Zwischenzeit schon mal, ähm, alles soweit geh, äh, mit diesen, diesen, äh... Wie heißen die Dinger nochmal? Na, diesen Conduit-Fassaden. Hab ich soweit schon mal alles ausgetauscht. Wir haben, ähm, jetzt ungefähr 24 Stunden das Ding laufen lassen. Und der Kamerad hier, der war nach, nach ein paar Stunden oder paar Minuten eigentlich schon voll. Muss man ja auch mal so dazu sagen. Aber wir haben ihn halt laufen lassen. So. Das hier ran. Und jetzt muss ich einmal mir die Maschine anschauen. Schon wieder. So. Hast du einen Eingang und hast du einen Ausgang? Nein. Weder noch. Okay. Was kriegst du denn eigentlich noch? Ähm, du kriegst doch noch irgendwas, ne? Du kriegst auf jeden Fall das Hydrogenchlorid. So. Das Hydrogenchlorid. Das geht jetzt nämlich da rein. So, den Tank packen wir erstmal damit hin. Ob er jetzt nicht den Tank schnappt oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Was wir jetzt brauchen. Könnten wir eigentlich... Ey, Flo, wir hätten uns den ganzen Weg hier eigentlich schon sparen können, ne? Verdammt. Das ist mir jetzt erst richtig klar geworden. Weil weißt du, was wir jetzt eigentlich herstellen? Nee. Ein Material, wovon wir 70.000 im Dings haben. Im System. Ja, ist gut. 79.000. Ja, ungefähr 79.000 haben wir davon im System. Weil wir hätten jetzt nämlich mit dem Weg Schwefel hergestellt. Da habe ich selber nicht dran gedacht. Das habe ich total vergessen. Weil hier würde jetzt nämlich als nächstes, ähm... Na, wie heißt das Zeug? Gunpowder mit reinkommen. Und dann würde aus dem Hydrogenchlorid und aus dem Gunpowder würde dann nämlich Schwefel entstehen. Ja, haben wir gut gemacht. Mein Vorschlag, wir lassen das einfach so stehen, wie es steht. Ich gehe eine Etage tiefer und fange auf dieser Etage das Ganze an, das Ganze an, richtig zu bauen. Also, das heißt, jetzt kommt... Entschuldigung. Jetzt kommt im Prinzip Schwefel und der Chemical Oxidizer in Frage. Heißt das Ding so? Ich glaube ja. Chemical Oxidizer. Äh, falsche Kiste. Sag mal, könntest du mir eine Kiste fertig machen, in der Schwefel abtransportiert wird aus unserem System? Ähm, Schwefel, 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 Schwefel. Also, Sulfurdust, von Mechanism nach Möglichkeit. Eine Kiste mit einem Farbcode irgendwie. Also, ich habe jetzt erstmal eine Diamond-Kiste hier. Ähm, da ist ein bisschen... Und ein bisschen Sulfur habe ich auch hier, also das ist nicht das Problem. Ich kann halt erstmal starten. Ach, was mache ich denn? Ja, dann starte erstmal. Ich brauche nur einen kurzen Moment und dann... Kein Problem. So. Wir müssen aber auch noch haben, den Chemical Oxidizer, ne? Genau. Chemical Oxidizer. Das ist jene Maschine hier. So, den schauen wir uns vorher einmal wieder an. Er hat irgendwie einen Eingang hinten raus und dann einen Ausgang vorne. So verstehe ich jetzt zumindest diese Mechanism-Maschine. Schön. Schön falsch. Drei dich. Stehst du recht dich. Natürlich nisch. Dann drei dich weiter. Drei die Madl. Hm? Immer noch nicht. Warum nicht? Kein Strom. Stimmt. Hier liegt nämlich noch gar kein Strom an. Aber das macht nichts. Das holen wir uns hier mal. Flux. Wo bist denn du? Hier bist du. Richtig. So. Wir holen uns hier mal ein bisschen Strom weg. So, 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 so. Du weg. Du hin. Ja, Tanten-Manten. Äh, Diamanten-Tanten. Energie liegt an. Den müssen wir jetzt noch drehen. Insert. Und dir müssen wir sagen, extrakt without a signal. So. Was machst du jetzt? Jetzt machst du gar nichts. Immer noch nicht. Why the fuck? Guck dir doch mal aus die Wäsche. Ja, guck ich auch gerade. Und ich sitze hier auch gerade vor dem PC und wackele ein bisschen mit der Hände. Ah, guck mal. War falsch rum. Das ist halt so eine kleine Gemeinheit bei den Mechanism-Maschinen. Die ist richtig rum und falsch rum. Ich meine, ich weiß, man könnte das Ganze bei den Maschinen gar nicht einstellen. Gut. Dann weiß ich nichts und hab auch nichts gesagt. So. Das Sulfur-Dioxid, das hier jetzt rauskommt, das müssen wir jetzt in einen Chemical Infuser packen. Ähm, Chemical Infuser? Chemical Infuser. Ja. Ich hab gerade so blöd hinterfragt, weil ich musste echt ernsthaft gerade überlegen, ob das wirklich ein Chemical Infuser ist. So. Dich stellen wir so rum hin und dann kriegst du hier Sulfur-Dioxid. Und daraus wollen wir gewinnen. Sulfur-Trioxid. Und jetzt müssen wir einmal schauen. Hier müssen wir uns mal ein Loch reinschlagen. Weil hier geht es nämlich gleich nach unten damit. Den Tank nehmen wir einmal mit. Ah, der Tank, der hat dann halt schon mal alles so ein bisschen mit aufgefangen. Ähm, die Gasleitungen. Hä? Ich muss immer so dran denken, bei Gasleitungen und so. Hier. Wer kennt ihn nicht, den berühmten Gasmann? Diese ganzen Gasmann-Witze und so. Wenn der Gasmann dreimal klingelt und... Naja, ich bin, glaube ich, wieder der Einzige, der darüber lachen kann. Und bin auch wieder der Einzige, der sowas kennt, scheinbar. Ähm, so ein bisschen gerade. Wieso verbindest du dich jetzt hier nicht? In Durst? Hä? Hast du nicht bitte gesagt? Ja, ich weiß schon, warum. Das altbekannte Problem mit den, ähm, mit den Ender-IO-Leitungen. Ja, und ich weiß, ich hab da einmal zu viel abgeschlagen. Das macht aber gerade gar nichts. Gott! So, hier geht's weiter, bis hierhin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Bist du da jetzt verbunden? Nein, bist du jetzt verbunden? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Na, 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 na. Du kommst da wieder weg. Und dann muss ich dir, glaube ich, einen auf den Deckel hauen? Nee. Ja. Wie wir hören, er macht jetzt Sachen hier. Er wackelt halt so ein bisschen mit die Arme. Mit die Hände. Meinetwegen auch mit die Hände. Und ich sehe gerade, den Tank, den könnten wir maximal zwischenschließen. So, hier oben haben wir jetzt natürlich gerade in diesem Moment das Problem, dass hier nichts mehr läuft. Das heißt, das Hydrogen überwiegt halt so ein bisschen. Deswegen stellen wir den auf Dumping Access. Wenn wir diese Anlage hier oben benötigen, können wir hier einfach umstellen und er hat sofort wieder das Hydrogen. Ich hoffe, jeder der Zuschauer konnte das verstehen. Aber ihr seid ja eigentlich keine Blödköppe. Ihr wisst ja eigentlich auch in der Regel, wie ich sowas meine. Aber warum, oder kann man hier jetzt den Tank reinpacken? Ah, guck mal, Elite-Tank. Wumm, fertig. Er stellt jetzt in aller Seelen Ruhe das Sulfur-Trioxid her. Sulfur-Trioxid. Er hat jetzt Oxygen bekommen, Sulfur-Dioxid in einen Chemical Infuser und hat Sulfur-Trioxid gebaut, gemacht, getan. So, Sulfur-Trioxid. Das ist ein Oxid, ergo ist es ein Gas. Und am heutigen Tage möchte ich noch mal sagen, möchte ich noch einmal mich selber auch dran erinnern, weil ich gucke mir ja die Folgen gerne an. An dieser Stelle wird wahrscheinlich jetzt ein Cut kommen. Wir nehmen jetzt in einem auf, bis wir hoffentlich, also bis wir entweder auf einen Fehler treffen, den wir ausmerzen müssen und die Aufnahmen unterbrechen müssen. Oder bis wir das Ding jetzt endgültig komplett stehen haben. Mal schauen, was zuerst eintritt. Ich sage, es tritt ein Fehler ein. Ja, wahrscheinlich. Und zwar der Fehler, dass wir nicht mit der Hände gewackelt haben. Richtig.